Und schon wieder sind wir da mit einer aktuellen neuen Folge und zwar der Folge 35. Willkommen bei Newcomer TV live aus dem Newcomer TV Studio in den Tiefen des Taunus, versteckt in einem kleinen Dorf, damit uns die große Welt nicht findet. Aber wir sind jeden Monat live in der Musikhalle Portstraße zu Gang und möchten euch heute vom Oktober 2018 eine Band aus Gießen präsentieren, die mit äußerst tanzbaren Indie-Rock-Rap unterwegs ist. Und manche werden denken, naja, es klingt ein bisschen wie eine was auch immer Version von Kraftklub, aber weit gefehlt. Weil die Jungs sind wirklich individuell und komplett tanzig, Pop-Punk-Refrens in der Tasche und auch mit einer gewissen Hardcore-Attitüde unterwegs. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus von euch und viel Spaß bei der Zementfabrik aus Gießen. Das ist ein Riesenapplaus von Gießen. 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 Das ist fantastisch. Ihr könnt natürlich alle Bands wieder finden im Internet. Einfach den Namen eingeben und vielleicht Semikolon und dann Band dahinter. Dann werdet ihr sie finden. Facebook, Instagram, wo auch immer. Sie sind überall zu Hause natürlich auch im digitalen Netz. Wir haben in dieser Folge drei Bands insgesamt für euch vorbereitet und wir wenden uns einer Band zu, die wir im November letzten Jahres aufgenommen haben. Sie kommt aus Frankfurt und präsentiert feinsten Alternative Rock. Ladies and Gentlemen, ein Riesenapplaus für Lucy Without Diamonds. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke, ich denke, ich bin mir über die Welt. Ich sehe, ich bin mir über die Linie und die Gefühle sind alle gut. Ich bin mir auf Facebook und Twitter und so bitter. Ich bin mir über die Welt. 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 Die Welt die Welt bestimmen. Ich bin mir über die Welt. Richtig, ich bin mir über die Welt. Wir sind mir über die Welt. So I took out my mobile phone and took your picture Posted it on Facebook and Instagram What the fuck is going on? What the fuck are you talking about? I'm not quite sure what you made Show it on! I'm not quite sure what you made Show it better than me! 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 Facebook always Now set before Why? 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 Why?? Why? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 So why do you feel the same, my life is so different So why do you feel so strong, because you're not alone The place I feel inside, inflame me all the time When you tell me I'm your girl, I cut my pieces so So I thank you so much, and now I'll be there If you're the one I used to be, I don't realize Be required to stand by me, and such a feeling combat takes me Skiss and thunder, cause you're lonely Show me my search, I'm taking you slowly So why do you feel the same, my life is so different So why do you feel so strong, because you're not alone Just so you're mine The flames I'm feeling inside, inflame me all the time And tell me I'm your girl, I cut my feet so sore Where is my stage, but to away, life is so cold Oh, 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 oh So schnell kann es gehen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, naja, also ich habe lange an diesem Witz gefeilt, er musste einfach raus. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen super Start in den nächsten Tag und überhaupt viel Freude an regionalen Bands. Das war die Folge, wenn ich mich nicht irre, 35 und wir sind natürlich im nächsten Monat wieder für euch unterwegs, überall live und in Farbe. Ciao, macht's gut. Ciao.